Hallo Leute, wieder mal Zeit für eine Runde Co-Op 3, nein Spaß, Dead Space 3, ne Mike? Jetzt ist es trotzdem drin, du Arschloch. Ja, ähm, wir sind hier irgendwo stehen geblieben und wir werden auch irgendwo weiter stehen bleiben, wenn wir so weitermachen und deswegen werde ich den da jetzt im Arsch treten. Los geht's. Los, du Schrappler. Was ist, was ist das für, für, für Anzeige? What the fuck, oder? Okay, wir müssen das Ding in ein anderes Ding stecken. Das kenne ich auch. Okay, warte mal, warte mal, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jetzt, ah, okay, eine Waffe herstellen. Also jetzt müssen wir wieder die Waffe herstellen, aber, ja, 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 blem, ach. Das reinsteckt gerade. Das hat mich, das hat mich an so ein kleines Kind erinnert, der's gerade an Bauklätschen so durchschmeißt. Durch so komische Löcher durch oder so, die ganze Zeit irgendwie so was Dreijängiges durchzuschmeißen. Ich baue mir noch schnell mehr, mehr Waffen zusammen. Verletzt's mal. Oder haben wir... Äh, hab ich die eh schon. Moment. Ah, ja, die Hoppischer. Passt. Perfekt. Ja, wie viel Strahle, wie viel, wie viel, wie viel kommt da noch da? Das wird, das wird nur Oster mehr. Machst du da noch Kreis draus und Stern und Herz? Nein, es ist, es gibt nur noch Tesla-Haponen und so ein Scheiß. Der Schuh ist sehr verdächtig, der Schuh ist sehr, sehr verdächtig. Das geht gar nicht. Es ist der Schuh des Todes. Oh, guck mal, es ist umgefallen. Verdammt, er kann Hexen. Oh mein Gott. Wieso, wieso will ich da oder nicht durch? So, und jetzt machen wir dann eine Aufnahmepause. Ja, das war's, Leute. Oh, voll schön. Das ist der gleiche Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, ja. Ja, wer macht das auf? Ups, wir gehen das nochmal. Ah, wie der ist. Okay, ja. Verdammt, gehst du mal durch? Ja, what the fuck? Alter, das... Ich hab so ein komisches Gefühl dabei. Echt? Was? Ich halt. Mit F, ne? Ja. Anzielen und F. Ja, fuck, Alter. Schreckt mir jetzt erst hier das Tor und dann... Hallo. Guck mal, sie sehen ja gut aus. Ah! Verpiss dich! Ich sterbe da! Ich sag. Es bringt überhaupt nichts, die Waffen. Die Waffen ist voll für den Sche... Leute, wir stoppen in der Scheiße. Was? Was ist los? Ich bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese... Viecher. Und... Und was machen wir jetzt? Halten sie ihre Waffe im Oster und bleiben sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Lüften wir ihnen auf die Pelle. Schießen sie auf die Extremität. Verstanden? Haben sie das verstanden? Wow, sie sind jetzt da draußen. Cool, ne? Ist ja Hammer. Wow! Das schaut doch nur viel geil aus, wenn man da runter schaut, ja. Weißt du, dass da vorhin... Ach, egal. Hm? Ja, geh mal durch. Los. Du darfst vor... Ich hab Angst. Verdammt! Das Ding war vorhin nämlich nicht Töte. Äh, Töte vor allem, ne? Ja, ähm. Ähm. Verdammt, Scheiße, wo kann man sich nochmal heilen? Ich hab's vergessen. Achso, die Sachen... Ah, auf Q. Danke. Wie ist das nochmal auf? Ich will das auch aufnehmen. Ja, mit, äh, anzielen und F gedrückt halten kannst du das aufnehmen. Ja, ja. Danke, danke. Ich bin der Jack in der Box, hör. Verpiss dich! Ich... Ah. So. Echte. Ich bin da, Kind. Wow. Kino. Erfolg. Oh. Oh, wow, 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 wow. Oh Scheiße, das ist so schnell. Es ist noch nicht tot. Wo ist denn? Jetzt ist es tot. Okay. Da haben wir wieder Spinde. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie man die Verlangsamungs-Stase da noch nutzt. Gar nicht. Wie ist das noch mitgegangen? Ne, so nicht. Man kann übrigens... Jetzt werde ich das noch raus. Vielleicht im Teil, ne? Die Spieße von den Teilen kannst du da aufheben. Ach ja. Ja. Das hatte ich auch mal gehört. Äh... Wie? Was ist das? Kann man gar nichts machen. Kacke. Ah, mit Anzielen und C ist das Verlangsamungs-Stase-Ding. Gut. Äh, haben wir da irgendwas übersehen vielleicht oben noch? Ne. Das ist wichtig. Oh oh. Was? Komm zurück, komm zurück, komm zurück! Gemein! 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 Ah, mieses Viecher! Ja komm, Mike, du gehst vor! Ja ne. Ich rückte da nur noch nach Kisten, okay. Ich bin der kiste der Mensch. Okay. Was machst du? Ich nehme da jetzt mal so einen Spieß mit. Bring die Waffe überhaupt. Kannst du da mal schnell aufmachen? Ich steck gerne die eigene Scheiße in den Arsch. Wo ist denn? Auf welchen der Seite? Keine Ahnung, ist es wieder weg. Okay, links ist es nicht. Da ist es. Ficker! Stirb! Wow! Jetzt riss meine Box! Ja, geht ja schon gut los. Die ganzen Sachen sammeln. Oh, da haben wir einen Lift. Da haben wir einen Lift, okay. Mal kurz. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? B. Ah, okay. Wir müssen da lang. Alles klar. Aber wir suchen es wieder zuerst. Wow! Oh! Ah! Oh, schießt so die Birke. Arschloch! Ja, der Boden kann nichts dafür, Mike. Ne, aber die Box ist dahinter. Also, die muss dahinten gehen. Sonst wäre ich bravvolle Socken auf, gell? Die werden nämlich wichtig. Die werden nämlich wichtig. Ja, so ne Mann! Oh, oh! Hä? Warum hat sich meine Waffe gerade um 90 Grad gedreht? Hey, mein Platz. Der Plasma-Kater lässt sich drehen. Ach so, ja, warte mal. Mit, mit was ist das noch mehr? Ach so. Mit was ist das noch mehr? Mit was ist das noch mehr gemacht? Mit was ist das noch mehr gemacht? Errichten Sie eine Barrikade! Lächter, was auf! Ah ja, äh, lehrter, ja genau, dass, äh, 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 seitliche Sachen auch schneiden kannst und unten und oben halt. Kann jetzt könnte man das jemandem früher sagen, ey. So, ja, rein da mit uns, dass wir mal weiterkommen da, ja. Ah, runter. Oh, oh. Ja, ist wieder irgendwas. Ah, das ist so beklemmend da, ey. Da kennt fast gar nix, ey. Ja, ähm, gib mir noch 10 Minuten, bis ich die Taste gefunden hab. Ah, jetzt, eh. Nach 50 mal E drücken und wenn du's dann sagst, dann funktioniert's. Aber nur dann. Los, Mike, jetzt geht's los. Oh, kacke. Oh, cool, das schwebt. Das ist ja cool. Hey! Das, äh, das war offen. Okay, ja, wir müssen so durch, gell. Ah, ja. Drücke, halt. Okay, so. So, du, voll awesome, da. Mal ganz im Wohnzimmer. Oh, scheiße. Was zufrieden ist, ey. Das ist ja voll hässlich, das Tier. Oh, scheiße. Äh, voll. Ah, ich weiß, was das für Viecher sind. Sind die böse? Ja, auf die Tentakel schießen. Die schießen nämlich zurück. Ah, ich will so verstecken mich grad hinter dir. Ohne Tentakel noch schießen, dann ist tot, ist der tot. Oh Gott, ich muss nichts aussparen. Au. Lass mal Kater drehen. Jawoll. Perfekt. Könnt's dir ruhig auch mal was machen, ey. Hallo? Gratz, was soll ich so Viecher umgebracht, ja? Fotze. Gut. Das hätten wir geschafft. War gar nicht immer so schwach. Okay, da haben wir ordentlich Stuff. Was haben wir da? Textlock. Was ist das? Da erzählen Sie den übermäßigen Lärm, so aber ich kann nicht viel an, bla 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 bla. Good, wer es ist durchlässt, wie soll Una Ja, klar, will ich! Ach, was? Und du ließ so schon gar nicht, oder was? Ja. Das wird jetzt witzig. Oh mein Gott, so ein grotzigen Häuser. Mal ganz ehrlich. Was ist mit der Putzfrau hier passiert? Guck dir das an, die Schweinerei. Ja, die Putzfrau haben wir vorher zerlegt. Oh yeah. Oh, kacke. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Chips gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Mir gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Alice Koordinaten. Okay, ähm, wir müssen wahrscheinlich alle drei Teile mit das Dase. Kann man da zu sterben? Ranschieben. Kann man da sterben? Oder runterfährt. Genau. Kann man nicht. Oh, fuck. Es bleibt mir unten. What the fuck, oder? Okay, warte mal. Irgendwelche müssen wir zuerst machen. Ja, nippig gewollt, ja? Ist jetzt unten? Nein. Fährt wieder rauf. Okay, ich nehme mir mal den da. Auch nichts. Müssen wir da zufällig... Nee, warte mal. Alle drei gleichzeitig geht ja irgendwie nicht. Hä? Kapiert ja irgendwas nicht. Das müssen wir das ganze Teil ins Dase... Drück mal Nummer 1 runter. Äh, das ist auf der anderen Seite, ja. Ja, drück irgendein runter. Äh, ich glaube, wir müssen das mit Stase verlangsamen, oder? Drück irgendeins runter. Ja, das ist so... So ist das. Ja. Hm. Na, shit. Nee, das bringt uns. Shit. Geflasst. Sieh einfach eins runter, mach mal. Nochmal. Wie ist denn das jetzt passiert? So, jetzt ist es da. Das war ich. Wow!